Niemals. Ich bin voll die liebe Person. Aggressive. Du hast auf Doppel gestellt. Oh mein Gott. Boah, ja, ich liebe Doppel. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Ruckertli. Mit dabei ist der Puffel. Ruckertli. Also, das gibt's ja wohl nicht. Alter, den gehalten war, hat er gehalten. Und halten diesen Ball. Aber die Pinky schießt hier rein. Das war alles so geplant. Das war alles so geplant. Der Lafierre ist hier bestochen von uns. Damit er jetzt da nichts macht. Oder Lafierre, Lafierre, Lafierre? Lafierre? Weiß es nicht. Ich habe gar kein Auto. Auch diesen Werbespot kennen wir dann nur die Älteren. Ja. Oh nein, der kommt von unten. Der kommt von unten. Ja, der kommt rein. War das? Nein, er hat verhindert. Hä? Was hat er denn gemacht? Das habe ich jetzt. Ich habe Husten. Oh nein, lieber Murphy. Was ist da los? Nimm Husten von uns. Wie blau. Da kommt der Husten her. Da kommt der Husten her. Da fliegt der Murphy. Nee, der Ball. Ja, und du auch. Ein bissel. Ja, ein bissel. Ach, Mann. Zielwasser? Viel zu spitz. Viel zu spitz. Ja, ich muss wieder mehr Zielwasser trinken. Hast recht. Hast recht. Hast recht. Jetzt allein. Ja. Hauhard Karpendil oder wie der heißt. Ja? Hauhard Karpendil? Was? Das ist Husten. Wie heißt der Schätzelein? Sag doch mal. Hauhard Karpendil. Also entweder Husten Schlemmer oder Harpe Kerkel? Ja, ja. Harpe. Das war der Harpe. die flut mitgenommen oder ich weiß nicht wo sie hingeht woran es liegen kann doch doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice Alice oder so la 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 ich hab was dann ich war da ran was machen sie denn da an der Wand Frau Pinky ich ähm abhängen ja nee so nicht so nicht es gibt hier klare Grenzen waren sie mal zum Ball okay das machen sie richtig machen sie richtig gut hier ja 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 da kommt er von hinten ja zack ja und er wollte wieder rausholen hast gesehen ja kommt von hinten und wollte wieder rausholen ja genau das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt er wollte genau das wieder gesagt ich habe das nur wiederholt was die Zuschauer da denken ist erstmal nicht unsere Sache oh mein Gott ja was die denken ey juhu versorte Dinge du denkst versorte Dinge wie immer du bist eine ganz zarte Seele ja ein zartes Bienchen boah ja sehr schön und die äh Biene die ich meine nennt sich Maja kleine zarte freche Bienen Maja 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 fliegt euch unsere Wilde ich hab keinen Boost das gefällt mir nicht das ist es doof ja der geht jetzt rein oder was natürlich geht der rein ne natürlich nicht natürlich nicht natürlich nicht uuuu weg damit aber der? ne alter das geht doch nicht können nur mit langen Bällen bei uns punkten hier boah sag mal ich hab auch kein Ziehwasser getrunken oh nein Murphy hast ihn? hast du? 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 ja 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 das war ja echt da ist er geflogen das war einfach nur ne Kopie oh super 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 hat er hier den Ball geholt der Ball geht hier in die linke Ecke und wird hier vom negativen nicht bekommen Von Murphy auch nicht, na toll. Von Murphy auch nicht, na toll. Also von einem nicht. Ne, es ist ein Gespensterball. Ich hab keinen Buß, jetzt hab ich keinen Buß. Warum hast du keinen Buß? Weil die anderen jetzt immer wegholen. Best. Böse anderen. Ah! Oh nein! Nein! Ach, feiert euch doch nicht! Das war scheiße gespielt von euch. So sieht's doch aus. Der Murphy war kurz nicht konzentriert, ja? Ja, was hat er denn mit seinem Oh mein Gott? Ja, weil er ein Tor gemacht hat. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab ein Tor gemacht. Uhhhhhhhhh! Guck mal hier, ein langer Ball. Uhhh! Guck mal hier, ich flieg. Uhhh! Guck mal hier, ich flieg. Oh, da stehen sie beide im Tor, hör mal. Ja, ja, die haben Angst vor uns, haben sie. Ja, 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 ja. Weißt du, jetzt wo sie führen, werden sie frech. Ja, was du rühst, wie frech. Also, Mann ey. Auf, ab damit. Das gönnen wir ihnen nicht. Nee, nicht nur eins. Hat Spaß gemacht. Ja, da freut ihr euch doch. So. Ich dir ne Nase. Was anderes konnte ich grad nicht sagen, weil, also. Komm, wir gehen ins Hauptmenü. Okay. Auch einfach gar nicht ins Bild jetzt hier von Rocket League bei Miss Pinky auf dem Kanal von YouTube. Genau. Boah, ich fass mich. Mhm. Boah, ich bin wieder da. Ich bin's. Ich bin die. Ich komme öfters. Ach, guck. Ach, guck. Wie geil war das denn? Der hat Cartoon. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh. Staub. Wenn er, wenn er, wenn er hier, äh, die Raketenspur, mein ich. Ach so. Ja, ja. Staub. Voll cool, dass wir ihn auch haben. Oh nein. Wurffi, der geht doch rein. Nein. Das ist falsch. Hast du ihn? Jawoll. Ich hab ihn auch noch mal. Ja, und ich hab ihn jetzt auch mit. Ja, aber da ist, wenn wir beide auf derselben Seite sind, kann keiner mehr den Ball reinschießen. Okay. Ich hab ja nur gedacht, weißt du? Ich hab's doch nur kommentiert. Das war kein Vorwurf, Pinky. Bleiben Sie doch mal ganz bei sich. Oh, Muffi, ja, 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 ja. Da ist natürlich wieder so ein Gegner, die immer aufpassen. Manu. Warum passen die denn auf? Sind die doof? Weit nicht. Jetzt kommt die Hexe raus hier. Ja, jetzt kommt der Teufel. Au, gleich der Teufel. Ja, wenn, dann schon richtig, hör mal. Okay. Ja, 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 ja. Na ja, na ja, na ja. Kriegst du den? Ja. Ja, 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 ja. Aua. Oh, 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 oh. Kriegst du den? Jetzt wird... Nee. Okay. D, 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 D. Virus. Oh. Der ist wahrscheinlich... Der nennt sich Virus und kommt aus Russland. Mhm. Kann sein, ja. Und bis wir in diese 2S. Ich versuch mal zu schießen. Ja, tu es. Tu es. Ja, ich hatte den Ballkontakt, aber leider... Leider nicht gut genug. Oh, der... Kommt dementsprechend... Gut. Ah. Oh. Ich habe parodiert. Parodiert. Nein. Nee. Der kommt kacke. Der kommt kacke. Ja. Hast du... Ja, voll. Der muss ja bei einer reinschießen jetzt. Ach, come on. Ich mach das mal. Ja, okay. Machst du es schon selber, als gut so. Ich habe die Gegner missbraucht dafür. Hi, hi, hi. Er hat sie missbraucht. Pass auf, pass auf, jetzt guck. Ja, 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 ja. Kommt. Uh. Jawoll. Hab ich dir gegen den Ball geschossen. Hast du gut gemacht. Ich schieße. Ja. Oder bist du hier irgendwo an der Seite? Nein, 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 nein. Du. Ich war hinter dir. Hinter dir? Nach hinter. Was ist denn das für ein Dialektmensch? Uh. Der geht drüber. Drüber geht der, ja. Der geht voll drüber. Job game boost. Ich könnte das nicht. So. Ah, schade. Der geht auch noch rein. Der geht rollen. Nein. Nein. Das war aber ein guter Schuss von dem, muss ich mal sagen. Der Ossi, wa? Ja, voll der Ossi. Bist du hinter mir, warte. Ja, ich bin verhindert, ja. Du musst schießen. Ich muss schießen. Du kriegst den Nisch hier. Kannst du vergessen. Stehe ich nicht so. Bums. Ich hab dir mal geholfen. My goodster. Ich grempel Virus mal an, weil er mich angerempelt hat. Die Sau im Bild. Der ist ansteckend. Du musst den Ball treffen. Nein. Den treff ich nicht. Dann hol ich mir den mal. Bap. Nein, den hab ich nicht mir geholt. Super. Das hast du ganz klasse gemacht. Nein. Ich auch. Da kannst du dir einen Preis für. Guck mal, der Ball ist da. Den musst du jetzt bloß noch ins Tor reinschießen. Neinschießen. Da, kicken. Nein, 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 nein. Nochmal. Schade, ich bin auch daneben gesprungen. Manchmal ist das so im Leben. Aber. Ja, mit dem Heck hab ich ihn weggeschossen. Mit dem Heck? Das hast du juck gemacht. Der hat mich einfach zerstört, der Hund. Ja, ich hab sie gesehen. Kommst du nochmal vorhin? Ach, Schiss. Das war ein Schiss hier. Oh, irgendwie führen die noch. Das müssen wir noch ändern. Aber sowas von. Keiner berührt den Ball. Doch, ich hab ihn jetzt berührt. Frau Pinky fährt mal wieder rückwärts. Und, naja. Den Rest können sie sich angucken jetzt hier. Auf dem Kanal von der Frau Pinky. Oh nein, oh nein. Nein, das ist nur die Vorlage. Ja, geil. Geil. Geiler Typ. Ja, rein damit. Mit dem Ball. Ah, der ist schon wieder zu hoch. Aber so. Ja, aber den Ausgleich, meine Damen und Herren. Ja, der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und der Patator guckt sich das noch an. Sie müssen, glaube ich, ne, ich versuche mal zu schießen, Frau Pinky. Jo, no, no. Mach mal. Können wir mal gucken. Oh, das war nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Äh. Finde ich nicht in Ordnung so. Nee, aber wir haben ja hier, guck mal, jetzt gibt's Verlängerung. Verlängerung. Oh, wenn die jetzt hier. Oh, super. Nein, 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 nein. Das haben sie ganz klasse gemacht. Jetzt müssen sie schießen. Nee, ich schiebe. Ich muss schießen. Ja, genau. Ähm. Den müssen sie mal vorballern, den Ball. Ja, den baller ich vor. Und jetzt Tor. Und jetzt Tor, die haben wir gewonnen, meine Damen und Herren. Mensch, die deutsche demokratische Republik ist wieder ganz vorne mit dabei. Guck mal, Virus hat mir geholfen. Das R in der DDR steht nämlich für Rocket League. Ja. Uuuuh. Deutsche demokratische Rocket League Vereinigung. Oh, zwei neue. Peter, hör auf, jetzt nicht zu reden, Mensch. Ich komm da nicht mehr raus. Ich, 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 ich mach doch gar nichts. Ja, ja. Zwei neue. Ich sag's noch. Zwei neue, ja, das sag ich immer. Ja, komm, hör doch. Mach doch auf. Werd' mal auf. Oh shit, der geht rollen. Der geht nicht rein. Der hat ja nicht rein zu gehen. Aber jetzt. Oh shit. Mano, 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 Mano. Also manchmal, ich weiß auch nicht. Manchmal. Aber Mano, Mano. Ich weiß mich ganz schön pläder. Ganz schön pläder, ja. Pläder. Ich muss dich hochspringen müssen lassen. Du sagst es. Bumms, hier. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Jawohl. Ich hab mich recht hier an den Banausen. Du musst schießen. Jo, 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 jo. Jo, das mach ich. Jawohl. Oh, schade, 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 schade. Ich hab mir den Boost. Jetzt. Jetzt mach ich nochmal Ründo. Wir haben geblockt. Was soll ich denn da machen? Mach ihn Rennen. Mach ihn Rennen. Rennen, Rennen, Rennen. Tu doch nicht so. Weißt du, wie anstrengend das jetzt gerade war? Natürlich. Guck da. Was hast du jetzt gesagt? Was hast du jetzt gerade gesagt? Ich hab gesagt, guck da. Nee, danach. Das darf ich nicht wiederholen, was ich verstanden habe. Dann mach es doch nicht. Nein, nein. Dann dürftest du die Folge nicht hochladen und das wäre doof. Ja. Das wollen wir nicht. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja. Und? Aber ich hab ihn noch mal geblockt. Ja. Warte, warte. Was war denn das, Frau Pinky? Was, ich hab das jetzt genau von oben, hab ich das gesehen und ich hab's mal nachgemacht. Ich hab's gleich mal nachgemacht. Ja. Ah, danke. Oh. Über dich rüber. Das war, das war, das war Wasser nicht. Ja. Du bist. Du bist dran. Oh. Das war wieder. Oh, da könnte reingehen, da könnte reingehen. Oh, jawohl. Sehr schön. Bams. Bickdorf, wa? Oh, Duffy. Sie dürfen. Ja. Au. Guck mal, diese Rembler hier. Der Klops ja wohnt hier. Und der ist drin. Wuhu. Da regt sich einer aus. Auf. Der Dachs. Da regt sich einer aus. Er geht die Kurse nicht so gut. Sie dürfen. Sie dürfen. Sie dürfen. Okay, okay, okay. Ich mach, ich mach, ich mach. Ach, ich rennen. Nee, diesmal hat der andere geschossen. Der ist, glaub ich, ein bisschen besser. Ein bisschen? Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich verbieg's. Ja, 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 ja. Ich bin wieder vorne. Ich bin vorne. Ja. Muss ich zu dir kommen? Muss ich? Muss ich? Noch nicht. Nö. Nö, 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 nö. Ja, doch, jetzt bin ich aber schon da. Wenn ich schon mal hier bin, bleibe ich, ne? Ja. Gut. Ah. Fast ein Eigentor geschossen. Ja, der gute Dachs. Ah, ich war zu tief. Der Dachs. Oh, Sahara mal, er hat doch geblockt, ey. Der Sahara mal. Also, höre mal. Fräulein, hören Sie mal. Ja, bist du auch hier? Ja, hallo. Hallo. Komm, öfter. Okay. Bapp. Jawoll. Ja. Oh, nein, aber der hat ein guter Schuss. Mann, Mann, Mann. Oh, der Dachs ist raus. Der Dachs ist raus. Das hat ihn dazu veranlasst, das Spiel zu quitten. Dieser Tolle. Und jetzt geben sie auch noch auf. Oh. Und dann haben wir gewonnen. Ja. Effekt. Oder? Nein. Hä? Hä? Also, wenn wir jetzt gegen die KI verlieren, dann ist hier aber was los. Ach, da ist schon wieder ein Neuer drin. Und der geht rein, oder? Nein. Oh. Aufgabe. Karte. Yeah, das war doch toll. Das war toll. Ja. Ja, wunderbar. Das waren doch schöne Runden, oder? Das waren tolle Runden, meine Damen und Herren. Und damit beenden wir die Folge, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt Rocket League mit Pinky und Murphy. Und Murphy. Jawohl. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.